Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht Schlag auf Schlag am dritten Doniertag hier im Salzburg auf Lachgau in Lamprichshausen bei den Amadeus Junior Specials. Die nächste charmante Siegerin steht neben mir und einmal mehr ist sie Teil der Squadra Zura des Teams Italien und heißt Margherita Fiorelli. Margherita, Komplimenti, weil du jetzt bei den Pony, du hast gewonnen, du hast die Gare von 115, wie hast du den Ponyoci? Ben, ich habe es sehr gut und ich bin sehr glücklich. Auch dein Vater ist immer in Austria, wie fühlt ihr in Austria? Ich fühle mich gut, weil mein Vater immer gut kennt, wie ist es gut. Wie viele Pony hast du in Austria? Ich habe zwei Pony und ein Pony. Wie ist es gut? Ich habe es mit einem Errore gemacht, aber heute ist es gut. Wie ist es, zwischen Italien und der Mischung der Mischung der Mischung der Mischung der Mischung? Internazionale? Es ist sehr anders, die Organisation und alles. Da einer Seite ist es viel besser, weil es auch viel Leute aus anderen Ländern gibt. Es ist viel Spaß, auch die anderen zu kennen. Wie ist es, die letzte Mal in Österreich gekommen? Ich hoffe, es ist noch einmal gekommen. Ok, da Bocke Lupe, auch für den Gamze. Grazie.